Hallo Leute, heute habe ich für euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um eine Masternode einzurichten. Ja, ich bin wirklich häufig gefragt worden, erkanntest du denn nicht mal ein Masternode-Tutorial machen, also wie man eine Masternode aufsetzt, denn dazu gibt es noch überhaupt nichts auf YouTube und da das auch ein etwas komplizierteres Unterfangen ist, habe ich mir überlegt, ich mache eine richtige Schritt-für-Schritt-Anleitung, vom Mieten des VPS bis hin zur endgültigen Einrichtung und Start der Masternode anhand eines Beispiel-Coins, dem XSN. Selbstverständlich könnt ihr den Server dann auch dafür nutzen, natürlich auch um dort andere Masternodes für andere Coins zu hosten, vom gleichen Coin geht es dann nicht, weil jede Masternode eine eigene statische IP braucht. Grundsätzlich könnt ihr an dem Video wieder sehen, ich höre auf euch, also schreibt mir auch immer und immer wieder Kommentare, was ihr gerne sehen wollt und wenn das genügend Leute fragen, dann mache ich dazu selbstverständlich auch ein Video. Ja, natürlich würde ich mich als Dank über Likes freuen, über Teilungen freuen, ihr kennt das Spiel natürlich auch über ein Abo, wenn das das erste Video ist, was ihr von mir seht. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an, weil das ein etwas längeres Video wird, gehen direkt an meinen PC und starten mit dem Mieten des Servers. Alle Links findet ihr natürlich auch in der Beschreibung, dass ihr das dann natürlich auch alles nachmachen könnt. So, als ersten Step empfehle ich euch erstmal den VPS zu bestellen, dazu empfehle ich euch Contabo zu verwenden. Den Link zu der Seite, also direkt hierhin, findet ihr dann auch in der Beschreibung. Was habt ihr für technische Daten? Ich denke, die meisten Leute werden sich dafür nicht interessieren. So viel sei gesagt, es ist ausreichend für mehrere Masternodes. Also wenn ihr dann sagt, ihr wollt beispielsweise eine XSN Masternode, eine Bro Masternode, eine Dash oder PIVX Masternode, könnt ihr alles dann da drauf kloppen. Wir haben hier 6 GB RAM und das ist vollkommen ausreichend, auch für mehrere Masternodes. Ganz wichtig, wir klicken jetzt hier auf Konfigurieren und Bestellen. Wir gehen jetzt mal diesen gesamten Prozess mit durch. Das ist der günstigste für 6,99 im Monat und mehr wird es dann dementsprechend auch nicht. Wir haben auch Unlimited Traffic, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, falls die Masternode viel Traffic erzeugt. So, wir wählen jetzt hier die neueste Version von Ubuntu als Betriebssystem aus und weitere Sachen müssen wir hier nicht einstellen. Also den Rest lassen wir so, wie er vorkonfiguriert ist, weil ansonsten wird es auch ein bisschen teurer. Wir könnten jetzt hier noch Windows auswählen, aber wir nutzen bewusst Ubuntu, weil es nicht mehr kostet. Jetzt können wir uns noch überlegen, wollen wir das Ganze jetzt auf einen Monat machen? Also, dass es mit einer Mindestvertragslaufzeit von einem Monat läuft oder sagen wir, wir wissen schon, die Masternode, die wird die nächsten 12 Monate sicher laufen. Dann können wir das auch hier auswählen, 12 Monate und dann bekommen wir einen Monat geschenkt. Aber wenn ihr sagt, ich weiß gar nicht, wie lange die profitabel ist, dann benutzt hier diesen einen Monat oder die drei Monate. Das ist dann ganz euch überlassen. Ich wähle jetzt mal den einen Monat aus, weil ich auch nicht weiß, ob ich das Ganze dann nochmal umstelle. Das mache ich ja jetzt alles nur für euch, weil ich besitze bereits ein VPS. Dann gehen wir mal auf Konfigurieren und Bestellen. Eine weitere Domain benötigen wir nicht. Jetzt geben wir hier unsere Daten an, die ich natürlich euch nicht unbedingt zeigen werde. Aber ich denke, das kriegt ihr gerade noch so selber hin, dass ihr hier eure persönlichen Daten eintragt. So, die Kundendaten sind also schon mal hinterlegt. Wenn ihr schon mal Kunde wart, könnt ihr natürlich auch sagen, ich bin bereits Kunde. Ich habe das jetzt nochmal alles eingetragen. So, jetzt könnt ihr euch überlegen, wollt ihr das per Kontoeinzug bezahlen oder sagt ihr, mein Gott, die sollen das von meinem Paypal-Konto einziehen, was natürlich auch eine ziemlich coole Sache ist. Ich mache das grundsätzlich so, weil Paypal zieht es dann von meinem Konto ein. Also im Endeffekt kommt es aufs selbe hinaus wie der Kontoeinzug, aber über Paypal ist es natürlich ein bisschen bequemer. So, jetzt müssen wir hier noch natürlich das Ganze hier, die rechtlichen Sachen alle bestätigen. Lies meistens keiner. Ich habe es auch nur grob überflogen. Ich finde es okay. Ihr könnt es euch natürlich vorher noch durchlesen. Das müsst ihr dann selbst entscheiden. Den Newsletter brauche ich nicht unbedingt, also geht es jetzt weiter. Wir haben jetzt hier nochmal alles aufgeführt. Gibt es auch eine Mehrwertsteuer drauf, also wenn ihr ein Gewerbe habt, könnt ihr euch die 1,12 Euro im Monat zurückholen. Gutscheincode haben wir nicht. Bekomme ich auch leider keinen, vielleicht nach dem Video oder so und die nächsten werden dann günstiger für euch. Müsste man dann mal schauen. Ja, dann haben wir hier einfach nur nochmal eine Zusammenfassung der Bestellung und dann gehen wir auf zahlungspflichtig bestellen. So, jetzt kommen wir zu Paypal. So, dann das Ganze nochmal bestätigen. Und schon haben wir das Ganze abgeschlossen. Jetzt warten wir auf die Mail, wo dann unsere Benutzerdaten drinstehen, damit wir uns einloggen können. In der Zwischenzeit, wo wir jetzt auf die Mail warten, können wir schon mal unsere Wallet ein bisschen vorbereiten. Weil hier können wir dann auch schon mal was machen, auch bevor wir Zugriff auf die VPS haben. Also das können wir jetzt erstmal wieder minimieren. Jetzt gehen wir auf unsere Wallet. Das wäre jetzt meine XSN Wallet. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Masternode Coin dafür benutzen, wie gesagt. Und ich habe jetzt hier schon eine Masternode am Laufen. Das wollte ich euch auch mal zeigen. Also es funktioniert definitiv mit dem Guide. Wenn ihr den so nutzt, dann kriegt ihr es auf jeden Fall auch hin, eine Masternode aufzusetzen. So, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist auf Receive XSN drücken. Oder dann halt auf jeden beliebigen anderen Coin. Wir geben dem Ganzen jetzt ein Label, beispielsweise Masternode 01 oder jetzt in meinem Fall 02, weil ich ja schon 01 habe. Und zwar brauchen wir ganz genau 15.000. Ganz, ganz wichtig, nicht 0,1 mehr oder weniger, sondern das sind genau 15.000. Wenn ihr jetzt die Masternode für einen anderen Coin aufsetzt, dann informiert euch bitte vorher, wie viele Coins ihr genau auf den Coin genau für die Masternode benötigt. Wie gesagt, sonst funktioniert es einfach nicht. So, Zahlung anfordern. Hier stehen nochmal die 15.000. Wir haben jetzt hier eine Adresse generiert. Die kopieren wir uns jetzt mal. Können wir hier drüber machen. Ist auch vollkommen egal. Und jetzt gehen wir auf CentXSN. Ich habe natürlich die 15.000 alle auf meiner Wallet. Hier sehen wir auch die von der ersten Masternode mit einem Schloss dran. Die sind also gerade gesperrt. Ja, wir können die ja nicht ausgeben, sonst würden wir die Masternode auflösen. Das geht natürlich auch jederzeit, aber macht natürlich erstmal keinen Sinn. So, und jetzt wähle ich genau die Coinströme aus, die ich jetzt da überweisen möchte. Ihr müsst es euch natürlich nicht ganz so kompliziert machen, wie ich jetzt gerade. Also, ihr müsst natürlich nicht das Coin-Control-Feature nutzen. Aber das macht für mich auf jeden Fall Sinn, weil ich hier mehrere Adressen verwalte. Und ich mag das Coin-Control einfach. Dann kann ich nämlich immer genau auswählen, von wo die Zahlung kommt. Also, von welcher Adresse. Das könnt ihr sonst nicht machen. Ansonsten gebt ihr einfach die 15.000 ein und dann passt das schon. So, jetzt haben wir einen Betrag von mindestens 15.000 ausgewählt in dem Coin-Control. Wenn ihr Coin-Control nicht habt, dann gebt ihr einfach nur die Adresse ein, die ihr euch kopiert habt. Sagt, es sind genau 15.000. Also, wir nehmen nicht die 15.503, sondern genau 15.000. Label Masternode 02. Das sagt halt einfach nur nochmal, dass die Adresse scheinbar korrekt ist, die wir gerade eingegeben haben. Denn das Label wurde automatisch erkannt, dass es unsere Masternode 02 ist. Und dann gehen wir auf CentXSN. So, jetzt sagt er nochmal, der Gesamtbetrag sind dann halt natürlich ein bisschen mehr als 15.000, weil wir noch Transaktionsgebühren haben. Die werden aber einfach von dem Betrag hier oben abgezogen. Rest geht dann in eine Wechselgeldadresse von, also 503,744. XSN gehen in eine Wechselgeldadresse, aber das soll uns jetzt erstmal auch nicht weiter stören. Jetzt gehen wir auf Yes. Und jetzt ist das Ganze per Eigenüberweisung verschickt worden, also an uns selbst. Und jetzt, wenn wir jetzt hier beispielsweise in Coin-Control gucken, dann haben wir hier Masternode 02.15.000. Können auch hier nochmal gucken, wobei hier nur drin steht, wir haben uns die 15.000 eben selbst geschickt. So, die sind aber also auch angekommen und damit wäre das dann schon mal erledigt. So, nachdem die 15.000 jetzt auch bestätigt sind, gehen wir auf Werkzeuge, dann auf Debug-Konsole. Die heißt auch bei allen anderen Coins ziemlich ähnlich. Und dort geben wir jetzt ein Masternode. Ja, sollte man schon richtig schreiben. Outputs. Und drücken jetzt auf Enter. So, dann kriegen wir hier jetzt eine zweite Output-Adresse. Die erste ist von der ersten Masternode und das ist jetzt unsere zweite. Ihr habt jetzt ansonsten nur eine da stehen, logisch. So, ich habe gerade nochmal nachgeschaut und zwar ist die obere sogar die neuere und nicht die untere. Also die ist von der zweiten Masternode. Das betrifft euch ja dann sowieso nicht, wenn ihr gerade die erste erstellt. So, was wir eigentlich noch hätten vorher machen müssen, ist einmal Masternode GenKey einzugeben. Und zwar brauchen wir pro Masternode so einen eigenen, ja, Private Key ist das. So, jetzt haben wir den Masternode Private Key und die Outputs mit Index. Jetzt habe ich mir das alles in eine Textdatei geschrieben. Das würde ich euch auch empfehlen, weil wir müssen gleich das Wallet schließen und müssen dann was an der Masternode.conf-Datei ändern. Und wenn wir uns das jetzt nicht irgendwie in der Textdatei oder ein Word-Dokument mal kurzzeitig abspeichern, dann, ja, wie sollen wir das dann noch wissen, ja. Deswegen würde ich euch das empfehlen, die ganze Sache mal zwischenzuspeichern. Nachdem wir das hier haben, so, wir schließen das Wallet. Wir sind jetzt gerade auf meinem Desktop und zwar müssen wir jetzt in den XSN-Ordner gehen. Der XSN-Ordner ist unter Windows in eurem eigene Dateien-Ordner zu finden. Dann geht ihr in den App-Data-Ordner. Ganz wichtig, der ist meistens ausgeblendet. Um euch den anzuzeigen, klickt ihr hier oben auf Ansicht, geht auf Optionen, geht auf Ansicht, scrollt hier so ein bisschen runter und dann steht hier ausgeblendete Dateien-Ordner und Laufwerke anzeigen. Dann müsst ihr erst auf das anklicken, dann drückt ihr auf OK und dann wird euch dieser App-Data-Ordner am eigenen Dateien-Ordner angezeigt. Dort macht ihr dann einen Doppelklick rein. Dann geht ihr auf Roaming und dann geht ihr natürlich noch auf den XSN-Ordner und hier liegt unter anderem die Wallet.dat. Ja, also wenn ihr die mal sichern wollt, ist das auch immer nicht verkehrt, wenn man da mal in diesen Ordner geht und die sichert. So, jetzt müssen wir die Masternode.conf-Datei bearbeiten. Sofern sie noch nicht existiert, erstellen wir eine neue, einfach über Neu-Text-Datei, Text-Dokument, dann ist das eine TXT-Datei und da schreiben wir dann die Endung in .conf um, sodass es eine .conf-Datei wird. Zum Beispiel, das muss ich aber gleich wieder wegmachen, Masternode2.conf, so, ja. Okay, jetzt hat er die Endung nicht geändert. Ja, das ist auch nochmal so eine Geschichte, das ist auch eigentlich eine Einstellungssache in Windows. Aber wir können das auch umgehen, indem wir sagen, speichern unter und jetzt sagen wir, machen wir das weg, alle Dateien und gehen jetzt auf .conf und jetzt müsst ihr es auch richtig abspeichern, .conf und ja, jetzt hat er es hier gemacht, jetzt ist es eine .conf-Datei. Also, so könnt ihr das Ganze umgehen. Natürlich soll die nicht Masternode2.conf heißen, sondern Masternode.conf. Ich glaube nämlich, die Datei existiert im Standard so noch nicht. Deswegen wollte ich euch nochmal kurz zeigen, wie ihr die erstellen könnt. So, bevor ihr die Datei jetzt bearbeitet, ist es ganz wichtig, dass ihr vorher euer .xsn-Wallet schließt, was ich ja bereits gemacht habe. Jetzt geht ihr dann hier auf .iekörende. athletes.com Dann könnt ihr schon sehen, dass hier schon was drinne steht. In dem Fall ist das halt eben auch schon meine erste Masternode, die hier mit ,'ip' und , ja, diesen ganzen Zahlengewörhr drinne steht. Dieses Zahlengewörhr braucht ihr jetzt aber. Das Ganze wird dann Masternode02 heißen. Das ist ja das Label, was wir vorher erstellt haben. So heißt eben die Adresse. Jetzt bräuchten wir hier die IP des Servers. Wir checken jetzt also unsere E-Mails, ob wir schon unsere Zugangsdaten erhalten haben zum Server. In meinem Fall ist das jetzt noch nicht so. Ich mache das nämlich ja auch gerade alles in Realtime. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich da noch springen müssen. Ich lasse das hier erstmal raus. Wir müssen hier dann die IP des Servers eintragen. Und dann dieses Doppelpunkt. Und jetzt kommt dann der Port des jeweiligen Coins. Das ist bei XSN 6258.3. Das kann jetzt bei Dash oder Pevix natürlich eine ganz andere sein. Das wird sogar eine ganz andere sein. Deswegen bringt er auch in Erfahrung, was da der richtige Port ist. Wenn ihr das dann die IP eingetragen habt. Ich überspringe das jetzt mal so an der Stelle. So, nee, machen wir mal ganz am Anfang. Und zwar kommt da jetzt der Masternode Private Key rein, den wir uns in der weiteren Textdatei ja gerade abgespeichert haben. Zuvor habe ich auch natürlich gut gelabelt, weil ich ein Fuchs bin und weiß, wie das läuft. So, dann haben wir hier den Gen-Key. Und neben den Gen-Key kommt der Output. Das wäre der Output. Und neben den Output kommt dann noch der Index. Das ist die Zahl, die hier dazu steht. In dem Fall ist das eine 1. So, jetzt fehlt natürlich noch die IP plus Port. Darauf müssen wir jetzt warten. Also Port kennen wir ja. Die IP kriegen wir dann von unserem Serveranbieter. Dann speichern wir das Ganze. Und wenn wir das Ganze gespeichert haben, dann sind wir schon auf diesem Rechner komplett fertig. So, ich habe jetzt mittlerweile die IP bekommen, aber bevor ich jetzt die Conf komplett anpasse, möchte ich mit meiner Wallet noch staken. Deswegen machen wir das am Schluss. Das reicht nämlich auch noch. So, jetzt packe ich hier die IP rein, die ich per Mail bekommen habe. Da steht dann auch ihr VPS. Dann steht da IP-Adresse und ein Passwort. Wir brauchen die IP-Adresse plus das Programm Putty. Download-Link findet ihr dann auch in der Beschreibung. Also, das ist eigentlich nur ein Programm, um die Verbindung zum Server herzustellen. Port müssen wir jetzt hier nicht anpassen. Das ist der normale SSH-Port. So, wie müssen wir uns jetzt hier einloggen? Benutzer-Name ist Root. Das steht auch alles in der Mail drin. Und dann gibt es auch ein schönes Passwort dazu. Das steht auch ebenfalls in der Mail. Ich denke, die Mail kann jeder jetzt lesen, was da passworttechnisch und so zu machen ist. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich das mit dem Kopieren hinkriege. Sollte so klappen. Naja, auch nicht. Dann muss ich es wohl abtippen. Normalerweise funktioniert das auch mit Kopieren und Einfügen mit Putty ganz gut. Aber dazu, also darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. So, jetzt sind wir auf dem Server eingeloggt. Ich habe das Passwort jetzt von Hand eingetippt. Und, ja, das machen wir erstmal weg. Machen wir mal clear einmal. So, und jetzt kommt die Vorkonfiguration unseres Servers. Ähm, ich möchte vorher auf jeden Fall noch eine Firewall installieren, bevor wir hier ordentlich loslegen und natürlich erstmal den Server auf den neuesten Stand bringen. Das geht mit Upt und dann Update. Das gebt ihr einfach ein. Dann wartet ihr kurz. Dann werden kurz die Updates installiert. Das kann dann ein paar Minuten dauern. Ist jetzt aber auch schon fertig. Dann haben wir noch Upgrade und dann werden die Upgrades auch noch alle gefahren. Da ist jetzt aber auch nichts passiert. Wir haben ja also wirklich die aller, aller neueste Version mit allen Updates bekommen von Linux. Ähm, beziehungsweise Ubuntu. Aber davon, also kann man jetzt nicht unbedingt ausgehen. So, jetzt installieren wir uns, ähm, die Firewall. Das geht mit diesem schönen Befehl. Ähm, die Befehle, die, also ihr bekommt da eine Anleitung dazu. Ähm, schicke ich euch auch auf jeden Fall in die Beschreibung, damit ihr das alles dann auch per Copy und Paste, sonst müsst ihr das alles abschreiben. So, jetzt mit Ja bestätigen. Okay, das funktioniert sogar mit deutschen Tastaturen. Also Y für Yes. So. Was wir eigentlich immer nur machen, sind die Befehle dort einzugeben und, ähm, Enter zu drücken. Und wenn er dann nochmal fragt, soll das wirklich installiert werden, dann drücken wir halt nochmal auf Y, also für Ja, es soll installiert werden. So, jetzt müssen wir noch, ähm, SSH erlauben. So, Rules updated. So, das auch noch rein. Dann müssen wir noch den Port, ähm, für XSN freischalten. Habt ihr jetzt natürlich, ähm, beispielsweise PIVX oder so, und wollt ihr die Masternode einrichten. Dann ist es nicht Allow 62 583, sondern, keine Ahnung, 62 500, sag ich jetzt einfach mal. Das ist natürlich nicht richtig. Aber, ähm, dann müsstet ihr da einfach die andere, äh, den anderen Port dann eingeben. So, jetzt ist das auch geupdatet. Und, jetzt, ähm, wird's gleich spannend, ob wir uns gleich selbst, ähm, äh, rauswerfen, wenn wir jetzt Enable sagen. Wie gesagt, die Befehle habt ihr dann in der, ähm, in einer sehr guten Tabelle nochmal. Ansonsten, ihr könnt die hier ablesen, wie ich die eintippe und dann immer das Video stoppen. So, das könnt ihr uns jetzt rausschmeißen. Das sagt er uns nochmal, weil wir jetzt sagen, ähm, wir wollen das jetzt aktivieren. Und, sind wir noch drin? Ja, wir sind noch drin. Also, wir wurden nicht rausgeschmissen. Das System nimmt noch Befehle an. Wunderbar. Also, jetzt haben wir schon mal unseren Server sicher gemacht. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Installation. Wir installieren jetzt, ähm, XSN Core. Also, praktisch das Wallet, wie wir es hier auf unserem Rechner haben, nur auf dem Linux-Server. Wir gehen jetzt erstmal das, oder legen jetzt das Verzeichnen als XSN Core mit diesem Befehl an. Ähm, immer wenn jetzt keine Rückmeldung kommt, dann ist der Befehl normalerweise so eins zu eins durchgegangen. So, jetzt holen wir uns von Linux erstmal die neueste Version von XSN. Die laden wir uns jetzt runter aus GitHub. So, das ist also auch passiert. Jetzt sagen wir, wir wollen die Datei erstmal entpacken. Jetzt sagen wir, wir wollen das Ganze dann auch langsam mal installieren. Einfach alle Befehle nacheinander eingeben. Dann sollte das funktionieren. Ähm, ich habe mir das natürlich ja auch alles nicht selbst ausgedacht, diese ganzen Befehle. Sondern das ist, ähm, auch, also ich habe das auch aus einem Guide, den ich, ähm, ganz gut verstanden habe. Und ich versuche den jetzt für euch, ähm, ja, verständlich darzustellen. So, jetzt, ähm, entfernen wir noch ein paar Dateien, die wir nicht brauchen. So, und jetzt müssen wir die XSN.conf-Datei müssen wir jetzt bearbeiten, ähm, mit Nano. Ähm, beziehungsweise wir müssen die überhaupt erstmal schreiben, weil die, glaube ich, noch gar nicht existiert. Und, ähm, dann haben wir hier auch eine Vorlage bekommen. Wunderbar. So, was bedeutet jetzt was? RPC-User. Das heißt jetzt nur, ja, was man nochmal eingeben müsste, um hier dann irgendwas, ähm, praktisch zu, ja, hier drauf zuzugreifen. Hier können wir eingeben, was wir wollen. Natürlich nicht, was, was hier sonst drin steht, sondern wir tippen jetzt einfach irgendeinen Scheiß ein. Das ist auch überhaupt nicht wichtig, was wir hier jetzt genau eintippen. Also, ihr könnt da ganz kreativ sein. Dann soll er natürlich den Localhost erlauben, IP-technisch. Dann ist sein Server-Demon aktiv, maximale Connections 24. Können wir alles so lassen. Es ist eine Masternode, ähm, dann haben wir hier den Private Key, den wir aus unserem File jetzt hier kopieren können. Das ist der Gen-Key, also das erste, was wir hier eingetippt haben. Ähm, jetzt hier hin. Kommt jetzt der Gen-Key und jetzt haben wir da drunter die External-IP. Das wäre dann die IP-Adresse des Servers. Da gucken wir also nochmal in unsere E-Mail und schauen nochmal, wie war jetzt nochmal die IP-Adresse des Servers und geben die dann hier auch entsprechend ein. So, damit ist jetzt die File fertig, die, ähm, xsn.conf. Also, jetzt weiß das Wallet, ähm, ich bin eine Masternode und ich muss mich mit diesem Private Key mit unserer Wallet auf dem Rechner verbinden, denn die xsn, die liegen auf unserem Rechner und nicht auf dem Server. Der Server ruft über den Gen-Key nur ab und sagt, yo, da ist eine Masternode, für die funktioniere ich gerade. Also, mit diesem, mit diesen hinterlegten 15.000 xsn begründe ich meine Masternode und, ähm, ich beweise das dadurch, dass ich den Private Key der Masternode, ähm, habe, beziehungsweise dieses Wallets. Und, ähm, so funktioniert das, ohne, dass wir das Risiko haben, ja, was ist denn eigentlich mit den 15.000, wenn ich das jetzt auf einem externen Server liegen habe. Das Problem haben wir nicht, wir haben es immer lokal, wir können es jederzeit auflösen. Das ist also die, ähm, umgänglichste Lösung, wie man sowas anfassen kann. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch speichern. So, was ist denn jetzt hier der Speicherbefehl? Das steht übrigens hier unten, ähm. Ähm, versuchen wir es mal mit Exit. Dann wird er uns wahrscheinlich fragen. Na, jetzt habe ich mich vertippert. So, Cancel und jetzt Exit. Und Save Modified Buffer, wir wollen das natürlich speichern. Gehen also auf Y. File Name to Write ist dann die XSN-Conf, das können wir mit Enter bestätigen. Also, ich habe eben übrigens, ähm, Steuerung, ähm, was war das, Steuerung X oder so, was da halt stand, ähm, mit Cancel, also mit, mit Exit. Also, wie wir aus der Datei rauskommen, dann fragt er uns nochmal nach dem Speichern. Ähnlich wie bei Windows, wenn wir jetzt sagen, wir beenden einfach, oder wir wollen einfach so eine Datei schließen, Windows erkennt, da wurde ja irgendwas in der Datei geändert. Möchte der jetzt die Änderung speichern, ja oder nein? Genauso hat er uns eben auch gefragt und wir haben das Ganze bejaht. Wir möchten das natürlich speichern, was wir eingegeben haben. Und jetzt sagen wir nur nochmal, wir wollen es genauso speichern, wie wir es ursprünglich geplant haben. So, damit ist grundsätzlich erstmal die, ähm, ja, die, die Masternode auf dem Server eingerichtet. Jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch starten. Dazu müssten wir jetzt erstmal überhaupt das Wallet das erste Mal starten. Das haben wir nämlich noch gar nicht getan. Und, ähm, jetzt haben wir die Meldung bekommen, XSN Core Server Starting. Also, die Wallet ist jetzt offen. Und jetzt können wir mit einem Befehl checken, ob wir denn schon die gesamte Blockchain haben. Denn vorher bringt uns das Ganze nichts. Wir können jetzt hier gucken, ähm, was haben wir denn hier für, also wie viel haben wir denn gerade runtergeladen? Wir sind bei Block 0. Also, wir haben es ja auch gerade erst gestartet. Und jetzt können wir hier immer gucken, bei welchem Block sind wir jetzt. Jetzt sind wir schon bei Block 672. Ja, und wenn wir dann jetzt alle Blöcke runtergeladen haben, woher wissen wir, wie viele Blöcke gibt es? Ähm, wir können entweder in unserer ursprünglichen Wallet gucken, wie viele Blöcke es gibt. Oder wir gehen, ähm, auf den offiziellen Block Explorer des jeweiligen Coins und gucken, beispielsweise bei XSN ist es der Block 53.379. Das heißt, bevor hier nicht Block 53.379 steht, ist das Wallet auch noch gar nicht fertig. Ähm, deswegen, äh, ja, müssen wir dann erstmal jetzt ein bisschen warten. Ähm, in der Zwischenzeit würde ich vorschlagen, dass wir dann jetzt endgültig die, ähm, Datei umschreiben. Wir schließen jetzt also, ähm, die XSN Wallet, gehen nochmal in die Masternode 02 Datei, kopieren uns diesen ganzen Krempel und geben den in die Masternode Datei ein. So, jetzt haben wir hier, jetzt können wir auch vergleichen, sind zwei unterschiedliche IPs, zwei unterschiedliche Gen-Keys. Natürlich seht ihr die jetzt nicht, sorry, dass ich die verpixeln muss, aber, äh, muss eben sein. Und, aber, wenn das grundsätzlich von der Zeichenlänge dann, ähm, her passt, dann wisst ihr schon mal Bescheid, dass das passt. Wie gesagt, Label, dann IP-Adresse, dann Doppelpunkt der Port, dann der Gen-Key, den ihr am Anfang generiert habt, dann, ähm, der Output und Leerzeichen, dann noch der Index des Outputs, der bei mir 1 war. Meistens ist der 1 oder 0. So, jetzt gehen wir auf, ähm, Speichern, jetzt können wir das Ganze fest speichern, sozusagen. Und jetzt können wir prinzipiell unsere Wallet wieder starten. Wenn wir jetzt auf meine Masternodes, ähm, gehen, dann können wir theoretisch schon die Masternode 02 erkennen. Ähm, sie ist jetzt auch überhaupt noch gar nicht gestartet, das können wir dann gleich machen. Steht jetzt noch Missing und dann klicken wir gleich auf Fehlende Starten. Wir müssen aber zwischenzeitlich erstmal über Putty wieder checken, ähm, welchen Block haben wir eigentlich hier mittlerweile. Wir sind bei Block, äh, 15.971. Damit dürften wir 15.000, äh, nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wir brauchen noch ein paar. Also hier müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen, ein bisschen warten und dann, äh, gucken wir mal. Kurze Nebeninfo, wie rufe ich eigentlich immer die letzten Befehle auf? Ich kopiere mir die nämlich nicht rein, ich drücke einfach in das Feld rein und gehe dann auf den Pfeil, auf die Pfeiltaste nach oben. So ruft man automatisch immer den letzten Befehl auf, das ist relativ angenehm. Ähm, ja, wisst ihr Bescheid. So, wir haben jetzt den aktuellsten Block heruntergeladen. Haben auch sieben Connections zum Netzwerk, was auch immer ganz schön ist. Und jetzt gucken wir doch mal, ob das alles geklappt hat, was wir gemacht haben. Wir drücken mal auf Fehlende Starten. Geben einmal unser Passwort ein. So, und dann steht hier schon Successfully Started One Masternode, was schon mal eine gute Meldung ist. Jetzt können wir aber zusätzlich noch auf dem VPS schauen, ob es auch da funktioniert, indem wir diesen einfachen Befehl eingeben. Und hier steht Masternode Successfully Started. Wir haben also alles richtig gemacht. Es funktioniert wunderbar. Und damit ist die Masternode eingerichtet. Bei XSN dauert es jetzt ungefähr 36 Stunden, bis die Masternode den ersten Reward bekommen kann. Und, ähm, ja, nur dass ihr dann schon mal sozusagen Bescheid wisst, dass es dann noch etwas dauern kann, sobald das Ganze dann gestartet ist. Aber das heißt jetzt nicht, dass es grundsätzlich nicht funktionieren würde oder so, sondern dann habt einfach ein bisschen Geduld. Wir haben jetzt also erfolgreich eine Masternode eingerichtet. Wie gesagt, das Ganze funktioniert ähnlich auch mit allen anderen Coins. Es gibt auch etliche Guides auf Englisch natürlich dazu. Und wenn ihr schon mal grundsätzlich auf Deutsch erklärt bekommen habt, wie es grundsätzlich dann so funktioniert, dann könnt ihr das auch analog natürlich auch auf jeden anderen Coin beziehen. Und dieser Server eignet sich wirklich wunderbar, um da auch mehrere Masternodes von unterschiedlichen Coins zu installieren und laufen zu lassen. Also ihr könnt dann mit diesen 6,99 im Monat, die der Server kostet, ich sag mal, mindestens das Zehnfache oder das Zwanzigfache rausholen, hängt natürlich dann von der Masternode ab, die ihr da drauf packt. Ähm, ich glaub, bei XSN ist es tatsächlich das Zehnfache, was wir verdienen im Gegensatz zu den Kosten. Und bei anderen Coins muss man dann mal gucken. Aber ich sag mal, wenn man dann schon mal einen Coin hat, wo man das schon das Zehnfache verdient und dann noch ein paar kleinere Masternodes dazu nimmt, wo man vielleicht jetzt nicht so viel verdient, aber die man dann halt einfach so mitnimmt, weil man eh den Server hat, dann kann man das machen. Genauso gut kann man beispielsweise den Server noch nutzen, um darauf noch StoreJShare laufen zu lassen, also den restlichen Speicherplatz, den man auf dem Server nicht benötigt, auch noch zu vermieten. Und so auch nochmal die Kosten weiter zu senken. Dazu hab ich auch schon ein Video gemacht, dann schaut einfach mal in die Infokarte, ich denk, da werd ich's dann reinpacken. So, sollten jetzt noch weitere Fragen zum Thema Masternodes bestehen, wenn ihr auch mal so eine Rechnung sehen wollt, lohnen sich Masternodes überhaupt oder lohnt sich eine Masternode für Coin XY, weil allgemein kann man's gar nicht sagen, das ist natürlich vom Coin abhängig, ob sich das Ganze rechnet. Ähm, dann schreibt's mir einfach mal in die Kommentare, wie gesagt, natürlich auch Fragen, wenn ihr noch irgendwelche Verständnisprobleme zu der Masternode, beziehungsweise zu der Einrichtung einer Masternode habt. Ich hoffe aber, ihr konntet es grundsätzlich verstehen und, ähm, ihr kommt auch mit, mit all dem klar, was ich euch jetzt in die Beschreibung packe. Putty, den Link natürlich zum Server und, ähm, die ganze, die Seite mit den ganzen Befehlen. Soweit dann erstmal zu den Masternodes. Ja, Leute, das war's soweit mit dem Video für diesen Sonntag. Hat mich wirklich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Zuletzt würde mich natürlich noch eure Meinung zu dem Thema Masternodes interessieren. Habt ihr schon mal eine Masternode aufgesetzt? Ähm, was haltet ihr von Masternodes generell? Also findet ihr das sinnvoll? Bei Kryptowährungen sollten vielleicht noch mehr Coins, Masternodes einführen. Wie fändet ihr das für den Bitcoin beispielsweise? Schreibt mir einfach mal eure Meinung. Zu dem Thema in die Kommentare natürlich, ähm, würde mich auch interessieren, ob ihr nach diesem Guide das tatsächlich so easy umsetzen könnt. Ich hoffe natürlich, dass ich das, ähm, damit geschafft habe. Wenn ihr sagt, an dem Punkt, ähm, hättest du es vielleicht noch ein bisschen, ähm, ausführlicher erklären können, dann versuche ich das nochmal mit einem Kommentar oder so oder mit einem nachträglichen Video zu korrigieren. Ja, also eure Meinung ist auf jeden Fall wichtig. Ansonsten würde mich, würde ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, sofern ihr mich noch nicht abonniert habt. Das zeigt mir immer, yo, euch hat das Video gefallen, mehr in die Richtung. Ja, ansonsten könnt ihr euch natürlich noch meine Kanal-App herunterladen. Da findet ihr auch alle Videos, schön fein säuberlich sortiert und natürlich auch alle Playlists. Ihr könnt dort unter anderem auch meine Videos suchen und finden. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und ich würde sagen, bis aller, aller spätestens nächsten Sonntag und bis dann. Ciao! Ciao!